Vorlage Infobox Musikinstrument Wartung Parameter Tonumfang fehlt das Schlagzeug, im englischen Drumset genannt, ist eine Kombination verschiedener Schlaginstrumente. Im Laufe der Geschichte etablierten sich abhängig vom Musikstil unterschiedliche Aufbauten des Schlagzeugs. Zur heutigen Standardform gehören kleine Trommel oder auch Snare Drum, große Trommel, TomTom, High Hat, verschiedene Becken und kleinen Percussion wie zum Beispiel ein Holzblock, Cowbell oder Schellenkranz. Diese Kombination kann vom jeweiligen Musiker individuell zusammengestellt, variiert und mit Hilfe von Stativen und Befestigungseinrichtungen seiner Spielweise entsprechend angeordnet werden. Neben dem akustischen Schlagzeug existiert heute zudem ein elektronisches Pendant, siehe elektronisches Schlagzeug. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe Schlagzeug und Drumset synonym verwendet. Akademisch ist das Schlagzeug jedoch ein Synonym für Schlagwerk. Der Oberbegriff für sämtliche Schlag- und Perkassionsinstrumente innerhalb eines Sinfonieorchesters. Schlagzeugnoten werden innerhalb der gängigen Notenschrift notiert. Zur Kennzeichnung dient der sogenannte neutrale Notenschlüssel. Schlaginstrumentarium Die einzelnen Instrumente des Schlagzeug-Sets zählen entweder zu den Idiophonen oder zu den Membranophonen. Die Auswahl der Instrumente hängt vom musikalischen Kontext der Stilistik und den Vorstellungen des Schlagzeugers ab. Die Größen der Trommeln und Becken werden in Zoll angegeben. Auch wenn sich eine ganze Reihe von Standards durchgesetzt haben, erscheint die Vielfalt der mittlerweile auf dem Markt erhältlichen Größen nahezu unbegrenzt. Fast immer wird als Grundlage des Schlagzeugs eine Kombination aus folgenden Instrumenten verwendet. Kleine Trommel-Hauptartikel Die kleine Trommel, auch Snaredrum genannt, ist mittig vor dem Spieler platziert. Das Hauptinstrument des Schlagzeugs Sie kommt aus der europäischen Militärmusik und hat sich aus verschiedenen Formen von Marsch- und Rührtrommeln entwickelt. Sie besitzt einen Kessel aus mehreren Holzlagen oder aus Metall, der auf beiden Seiten mit Fällen bespannt ist. Das obere Schlagfell ist meist leicht aufgeraut und weiß oder hellgrau beschichtet. Das Fell auf der Unterseite ist ein glattes und deutlich dünneres Resonanzfell. Ursprünglich wurden echte Tierhäute eingesetzt. Heute kommen fast ausschließlich industriell gefertigte Produkte aus Kunststoffen mit Metallreifen zum Einsatz. Ihren charakteristischen Klang erhält die kleine Trommel durch eine Reihe parallel gespannter Drähte, die entlang der Außenseite des Resonanzfelles von einer Seite der Trommel zur anderen gespannt sind. Der Schnarrteppich wird bei jedem Schlag in Schwingung versetzt und schlägt zurück auf das Resonanzfell, wodurch er den typischen Klang der Schnarrtrommel verursacht und bei Wirbeln einen dichten und vollen Klang entstehen lässt. Bei einem Einzelschlag eines Trommelstocks entsteht das Geräusch aus einer Kombination zweier Vorgänge, dem Aufschlag des Stocks auf dem Schlagfell und dem dadurch ausgelösten Rückschlag des Schnarrteppiches auf das Resonanzfell. Mit Hilfe einer speziellen Mechanik kann der Schnarrteppich vom Fell abgehoben werden, wodurch er seinen Effekt verliert. Die Spannung des Schnarrteppichs lässt sich zudem unterschiedlich justieren, was eine Vielzahl unterschiedlicher Klangfarben ermöglicht. Der Felldurchmesser beträgt meist 14 Zoll, gängige Kesseltiefen sind 5,5 oder 6,5 Zoll. Es sind aber auch oft andere Größen wie 13 x 6,5 Zoll oder 15 x 3,5 Zoll anzutreffen. Mittlerweile gibt es zudem Piccolo-Trommeln mit nur 8 oder 10 Zoll Durchmesser oder relativ flachen Kesseln, die häufig als zusätzliches Instrument eingesetzt werden. Hörbeispiel Kleine Trommel mit Schnarrseiten I Große Trommel Hauptartikel Die große Trommel ist das zweite Hauptinstrument des Schlagzeugs. Sie besteht aus einem großen, meist beidseitig bespannten Holzkessel, der in Seitenlage ruht und durch zwei Beine am vorderen Ende in seiner Position gehalten wird. Die große Trommel wird mithilfe einer sogenannten Fußmaschine bedient, die an der Schlagfellseite mit einer Klemmvorrichtung am Spannreifen der Trommel fixiert wird. Als Alternative zur Verwendung von zwei großen Trommeln kann ein Doppelpedal genutzt werden, das durch mechanische Übertragung das Spielen mit beiden Füßen auf nur einer Trommel ermöglicht. Das Resonanzfell an der Frontseite ist häufig mit Löchern versehen, um den Nachhall der Trommel zu vermindern und eine direkte Abnahme des Klanges durch ein Mikrofon in der Trommel möglich zu machen. Darüber hinaus werden häufig Kissen oder Decken in die Trommel gelegt, um sie zu dämpfen. In der Anfangszeit des Schlagzeuges waren die großen Trommeln mit einem Durchmesser von 28 oder 30 Zoll sehr groß, ehe sich allmählich kleinere Größen durchsetzten. Lange Zeit war ein Kessel mit 14 Zoll Tiefe und 22 Zoll Durchmesser Standard. Heutzutage werden 16 oder 18 Zoll Tiefe Trommeln bevorzugt. Je nach Stilrichtung werden modernere Schlagzeuge mit unterschiedlich großen Bass-Drums von 16 bis zu 26 Zoll Felddurchmesser ausgestattet. Als Bass-Drum-Rosette wird die Befestigungsschelle bezeichnet, die zur Montage von Becken und Toms auf der Trommel benötigt wird. Bei manchen Schlagzeugen ist die Bass-Drum ungebohrt, also ohne Rosette. Dies erlaubt der Trommelfreier zu schwingen und erzeugt somit einen besseren Klang. Hörbeispiel, große Trommel i. Tom-Toms Hauptartikel Tom-Toms sind meist beidseitig mit Fällen bespannte Trommeln mit Durchmessern zwischen 6 und 18 Zoll. Je nach Art der Aufhängung und Aufstellung bezeichnet man die Trommeln als Hängeltoms, die ein Stativ oder eine Halterung auf der Bass-Drum benötigen, oder als Stand-Toms, die auf eigenen am Kessel montierten Beinen stehen. Bei hochwertigen Toms ist die Halterung zur besseren Klangentfaltung so ausgestaltet, dass der Kessel nach dem Schlag frei ausschwingen kann. Das Verhältnis vom Kesseldurchmesser zur Kesseltiefe ist sehr unterschiedlich. Stand-Toms sind häufig tiefer als Hängeltoms gleichen Durchmessers. Eine Sonderstellung nähmen die sogenannten Rototoms ein. Sie bestehen nur aus einem flachen Metallrahmen, auf den das Schlagfell gespannt ist. Einen Kessel gibt es nicht. Eine Schraubkonstruktion macht es möglich, während des Spiels die Feldspannung zu verändern und so ein Glissando zu erzeugen. Rototoms waren vor allem in den 1980er Jahren verbreitet. Manche Schlagzeuger, wie etwa Phil Kulins, bevorzugen Toms ohne Resonanzfell. Diese haben eine sehr klar definierte Tonhöhe, vergleichbar mit Timbales. Konzertoms waren vor allem in den 1970ern weit verbreitet. Die Anzahl der Toms an einem Set ist stark abhängig von der jeweiligen Musikrichtung, während in der Popularmusik und im klassischen Jazz oft nur zwei oder drei Toms verwendet werden. Nutzen Schlagzeuger im Jazzrock und im Heavy Metal bis zu acht Toms. Dies variiert jedoch nach dem persönlichen Spielstil stark. Die meisten Standard-Sets werden mit drei Toms ausgeliefert. Zwei Hängetoms und einem Stand-Tom. Hörbeispiel. Stand-Tom I. Hauptartikel. Im Prinzip lassen sich fünf Beckentypen unterscheiden. Entsprechend ihrer Klangcharakteristik erfüllen diese unterschiedliche Funktionen im Drumset. Das Reitbecken hat meist einen Durchmesser von 16 bis 24 Zoll und kann vom Material her sehr unterschiedlich stark sein. Je nach Bearbeitung verfügt es über einen relativ definierten Anschlag, der von einem Grundrauschen unterlegt ist. Einige Becken klingen relativ trocken, andere dünnere erzeugen mehr Grundrauschen und dadurch einen eher undefinierten Klangteppich. Spielt man die Kuppe an, so ertönt ein heller und klarer, glockenartiger Ton. Spielt man dagegen den Rand an, so wird der Obertonanteil entsprechend größer und das Becken kann sich aufschaukeln. Entsprechend ihrer Anwendungen gibt es einige Sonderformen, wie zum Beispiel Seselreiz, die mit einigen Nieten ausgestattet sind, um ein fließendes, ausgeprägtes Grundrauschen zu erzeugen oder das Flatreiz, das über keine Kuppe verfügt und somit weniger Obertöne hat. Auf dem Reitbecken werden meist ein durchgehender Puls oder feste rhythmische Figuren gespielt. Hörbeispiel Reitbecken I. Hi-Hat Hauptartikel Die Hi-Hat besteht aus einem Beckenpaar, das horizontal auf einem Ständer mit einem Pedal montiert ist. Dieses ermöglicht mittels eines Federzugs ein Öffnen und Schließen der Hi-Hat mit dem linken Fuß im Standard-Setup. Das Schließen der Hi-Hat-Becken mit dem Pedal erzeugt einen vergleichsweise leisen Klang ähnlich dem einer Cabasa. Das Anschlagen mit einem Stick erzeugt im geschlossenen Zustand einen feinen Klang, im halbhoffenen Zustand einen raueren Klang, im offenen Zustand einen lauten Klang ähnlich demjenigen eines Crash-Beckens. Je nachdem wie lang der Kontakt der beiden Becken ist, entstehen unterschiedliche Klänge. Auf der Hi-Hat werden meist ein durchgehender Puls oder feste rhythmische Figuren gespielt. Sie wird oft als klangliche Alternative zum Reitbecken verwendet. Hörbeispiel Hi-Hat-I Crash-Becken Crash-Becken sind im Vergleich zu Reitbecken in der Regel dünner und kleiner und von ihrer Bearbeitung her auf einen deutlich höheren Anteil von weißem Rauschen ausgelegt. Ihr Klang ist eher geräuschartig. Deswegen wird sie oft für Akzente oder für anschwellende Crescendo-Effekte verwendet. Abhängig von Größe und Bearbeitung klingen verschiedene Crash-Becken unterschiedlich lange nach. Hörbeispiel Crash-Becken I China-Becken Das China-Becken stellt insofern eine Ausnahme dar, als es sich bedingt durch einen anderen kulturellen Hintergrund in der Formgebung deutlich von den anderen Beckentypen unterscheidet. Die Kuppe ist häufig nicht gewölbt, sondern hat die Form eines Zylinders oder abgeschnittenen Kegels, dessen Grundfläche das obere Ende der Kuppe darstellt. Augenfälligstes Merkmal ist der hochgebogene Rand, der das Becken im Querschnitt wie eine Art langgezogene Gugelhupf-Form aussehen lässt. Der Durchmesser liegt meist bei 14 bis 24 Zoll. Das Klangbild ist mit dem eines Crash-Beckens vergleichbar, allerdings eher schmutziger oder rohr- und kürzer. China-Becken werden häufig für kurze explosive Akzente oder Staccato-Figuren eingesetzt. Vor allem im Bereich des Metals wird es einerseits als starkes Akzentbecken, vielfach aber auch als High-Hat oder Ride-Ersatz eingesetzt. Größere oft mit Siselsweise Hähne-China-Becken haben auch im Jazz und der Big Band Musik Eingang als Ride-Becken gefunden. Um den Beckenrand zu schützen, werden diese meist verkehrt herum oder senkrecht aufgehängt, damit man den umgebogenen Rand flächig treffen kann. Des Weiteren ist das China-Becken das Becken mit der breitesten Palette an unterschiedlichen Klängen. Splash- und Effektbecken Splash-Becken sind in Art und Funktion vergleichbar mit Crash-Becken. Allerdings sind sie im Durchmesser deutlich kleiner, weshalb sie eine andere Klangcharakteristik aufweisen. Splash-Becken sprechen rasch an, klingen hell, spritzig und klingen kaum nach. Sie werden für kurze helle Akzente verwendet. Besonders Stuart Scopland und Manu Katsche etablierten den Einsatz von Splash-Becken. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl verschiedener Effektbecken mit speziellen Formen oder Bearbeitungen wie Löchern oder Schellen, um das Klangspektrum des Drum-Sets zu erweitern. Die Kreativität der Beckenhersteller ist unerschöpflich, ebenso die Vielfalt an Namen, unter denen Effektbecken vertrieben werden. Somit wird die Produktpalette an Cups, Belts, Stacks, Mini-Chinas, Jingle-Heads oder ähnlichen Becken immer größer, wobei nicht alle Becken eindeutig einer Gruppe zugeordnet werden können. Cups oder Belts sind Becken, die einen klangähnlich der Glocke eines Reitbecken erzeugen. Bei Stacks sind mehrere verschieden große Becken direkt übereinander gelegt, um kurze dreckige Klänge zu erzeugen. Die gängigen Trommel- und Beckendurchmesser sind Hardware. Unter Hardware werden sämtliche Bedienelemente wie Fußmaschine, Beckenständer und Stative sowie die diversen Halterungen zusammengefasst. Auch mit dem Kessel fest verbundene Teile wie Spannböckchen und Snare-Abhebung fallen darunter. Gleiches trifft auf die Bastrum-Füße zu. Die Trommeln und Becken des Schlagzeugs werden per Hand mit zwei Trommelstücken gespielt, die zumeist aus Holz bestehen, und die Bastrommeln mit einer Fußmaschine, einem Schlegel, der einen Filz- oder Kunststoffkopf besitzt. Per Hand kommen auch Rotz oder Besen zur Anwendung. Daneben finden sich für das Handspiel Schlegel mit Filz- oder Flanellköpfen für abgedämpftes oder dumpfes Spiel. Beim Spiel mit den Händen wird das Abprallen der Sticks von der schwingenden Oberfläche ausgenutzt. Vor allem je dichter die Schläge werden. Um einen gedämpften Ton zu erzielen, werden besonders in der klassischen Musik die sogenannten Mallets verwendet. Die Fälle des Schlagzeugs wurden früher aus Naturfell hergestellt. Heutzutage bestehen sie gewöhnlich aus ein- oder zweilagiger Kunststofffolie. Sie werden auf den Trommelkessel-Mittelspannreifen aufgespannt, die meist aus Metall gefertigt sind. Dies geschieht abhängig vom Kesseldurchmesser mit je vier bis zwölf Spannschrauben. Auf diese Weise lassen sich die Fälle durch Veränderung der Spannung in einer zum Musikstil passenden Tonhöhe stimmen. Das obere bespielte Fell heißt Schlagfell. Das untere wird als Resonanzfell bezeichnet. Man unterscheidet bei Fällen hauptsächlich zwischen durchsichtigen und aufgerauten Fällen. Letztere erzeugen einen wärmeren Klang der Trommel und erlauben es mit Schlagzeugbesen beim Wischen ein Rauschen zu erzeugen. Während aufgeraute Fälle früher oft nur auf der Schnarrtrommel verwendet wurden, findet man sie heute oft auch auf den anderen Trommeln. Des Weiteren wird zwischen einlagigen und mehrlagigen Fällen unterschieden. Die mehrlagigen Fälle haben meist einen etwas gedämpfteren und tieferen Klang als einlagige Fälle. Außerdem sind sie stabiler. Die mehrlagigen Fälle sind meist in härteren Musikrichtungen wie Rock, Hardrock und Metal anzutreffen. Außerdem gibt es Snarrfälle mit sehr kleinen Löchern, die den Klang beeinflussen und die kleine Trommel trockener klingen lassen. Diese wird mit dem Zusatz 3 Snarr bezeichnet. Je mehr Spannschrauben zur Befestigung des Fälles verwendet werden, desto präziser kann die Trommel gestimmt werden. Bekannte Hersteller von Fällen sind Remo-Events und Aquarien. Die Kessel der großen Trommel und der Toms sind meistens aus Holz gefertigt. Das populärste Holz ist Ahorn, das einen warmen und ausgewogenen Klang mit relativ starken Tiefen bietet. Daneben ist Birke aufgrund der hervorgehobenen Höhen in Tonstudios sehr beliebt. Im Gegenzug dazu bietet Mahagoni sehr kräftige Tiefen und reduzierte Höhen. Als weitere Hölzer verwendet man Buche, Pappel, Linde, Eiche und etliche andere Hölzer. Auch Holzgemische kommen vor. Heutzutage haben sich in einem Stück gegossene Acrylkessel zu einer beliebten Alternative zu den Holzkesseln etabliert. Bei billigen Schlagzeugen findet man unter anderem auch Pappkessel, die verklebt und gepresst sind. Diese reichen im Klang jedoch nicht an die Alternativen heran. Die kleine Trommel besteht oft aus Metall oder ebenfalls aus Holz. Inzwischen bieten mehrere Hersteller zudem exotisches Ners an, zum Beispiel mit größeren Löchern im Kessel, die für einen lauteren und knalligeren Klang sorgen. Je geringer der Klangverlust im Kessel ist, desto besser und vor allem resonanter ist der Trommelklang. Daran lässt sich gute Qualität der Trommelkessel erkennen, damit der Klang möglichst ohne Verluste auf die Kessel übertragen wird. Sind Qualität und Form der Gratung ausschlaggebend, das ist die Kante des Kessels, auf der das Fell aufliegt. Während früher meist flache oder runde Gratungen vorherrschten, haben sich heute dünne und spitze Kanten durchgesetzt. Bei hochwertigen Sätzen sind die Kessel oft lackiert, um sie optisch attraktiver zu machen. Dafür sollte die äußerste Holzschicht eine schöne Maserung aufweisen. Bei billigen Sätzen werden dagegen oft farbig bedruckte Folien verwendet, die auf den Kessel aufgeklebt sind. Auch hochwertige Sets können foliert sein, um ein entsprechendes Aussehen zu erzielen. Die Verwendung solcher Folien kann jedoch die Klangqualität des Kessels beeinträchtigen, wenn die Folien schlecht verklebt sind und den Kessel so am Schwingen hindern. Die Becken bestehen in der Regel aus Legerungen wie Messing oder verschiedenen Bronzen wie Kupfer, Nickel, Bronze und Zinn, Bronze. Der Zinn-Gehalt variiert von 8% bis hin zur Glocken-Bronze mit 20%. Darüber hinaus enthalten viele hochwertige Becken einen geringen Anteil an Silber. Zu früheren Zeiten existierten auch sogenannte Stirling-Silber-Becken, welche dem Namen gerecht, silbrig schimmerten und aus der namensgleichen Legierung bestanden. Sie waren jedoch höchstens in der Unterklasse der Becken einzuordnen. Bekannte Hersteller von Becken sind Silgin, Meinel, Sabian und Peiste. Im Schatten dieser vier großen Beckenschmieden haben sich weitere Hersteller wie zum Beispiel Masterworks Anatolian und Ufib etabliert. Die Trommelstücke werden aus Holz, Kunststoff oder Kohlefaser und selten aus Metall gefertigt. Rots bestehen aus mehreren dünnen Holz- oder Plastikstückchen, die zu einem Bündel zusammengebunden sind. Die Besen bestehen meist aus Kunststoff oder Metall. Die Schlegel werden meist aus Holz oder Kunststoff angefertigt. Für den Kopf wird Filz oder Fell verwendet. Auch im Bereich der Trommelstücke existiert eine Vielzahl von Herstellern. Zu den bekannten zählen dabei VEC First, Fata, Pecaschen und Promag. Trommelstücke werden auch von Herstellern anderer Schlagzeugteile vertrieben. So gibt es auch Serien von Silgien oder Sonor. Geschichte Maßgeblich für die Entstehung des Schlagzeugs ist die Erfindung des ersten Bastrum-Pedals im Jahre 1887 durch J. R. Olney. Darauf folgt im Jahre 1899 die Herstellung des ersten Serienprodukts durch William F. Ludwig und auf kulturellem Gebiet die No-Drumming-Loss in den USA. Diese verboten es den Sklaven, ihre traditionellen Handtrommeln zu spielen und führte dazu, dass die afrikanische stark rhythmische Musikkultur mit europäischen und orientalischen Schlaginstrumenten gepflegt wurde. Das erste komplette Schlagzeug kam 1918 durch die Ludwig-Drum-Corporation in den Handel. Wie in vielen anderen Wirtschaftsbranchen setzten sich auch in Schlagzeugherstellung und vertrieb die Internationalisierung und Globalisierung durch. Bis in die 1960er Jahre kamen die Spitzenprodukte vor allem aus den USA, Großbritannien und Deutschland. Ab den 1960er Jahren machten Billigprodukte zunehmend Konkurrenz. Billig-Schlagzeuge kamen zunächst aus Japan, später aus Taiwan und Südkorea. Japan und Taiwan boten schon ab den 1970er Jahren Spitzenprodukte an, welche die Spitzenschlagzeuge aus den USA, Großbritannien und Deutschland auf dem Markt bedrängten und schließlich große Marktanteile von den traditionellen Herstellern übernommen haben. Im Laufe der 1980er Jahre wurde besonders Taiwan immer mehr zum günstigst produzierenden Hardware-Zulieferer fast jedes Schlagzeugherstellers auf der Welt. Mit der Globalisierung ab etwa 1990 drehte sich das internationale Abhängigkeitsverhältnis quasi um. Ehemalige Spitzenproduzenten kamen in die Abhängigkeit früher Billigproduzenten. In jüngster Zeit drängt Brasilien mit preisgünstigen Schlagzeugen der Marke RMV in relativ hoher Qualität auf den internationalen Markt. Elektronisches Schlagzeug Hauptartikel Das elektronische Schlagzeug wird wie das klassische Drumset gespielt. Die Töne entstehen jedoch nicht beim Schlag auf ein Instrument, sondern werden durch den Schlagimpuls ausgelöst, in einem Soundprozessor erzeugt und können über Lautsprecher oder Kopfhörer ausgegeben werden. Zu diesem Zweck sind alle bespielten Komponenten mit elektronischen Tonabnehmern ausgestattet. Der entstehende Klang ist abhängig vom verwendeten Soundprozessor bzw. der Art und Qualität der verwendeten Soundvorlagen. Er kann dem Klang eines herkömmlichen akustischen Schlagzeugs sehr nahe kommen, bietet im Vergleich zu diesem jedoch noch nicht alle möglichen spielerischen Feinheiten. Neben dem aufwendigeren Aufbau und dem teilweise höheren Anschaffungspreis des elektronischen Schlagzeugs ist dies der Grund, dass heute beide Formen nebeneinander verwendet werden. Das elektronische Schlagzeug ist nicht mit dem Drumcomputer zu verwechseln, der die Klänge der Instrumente ohne Interaktion mit einem Schlagzeuger nachahmt. Der größte Vorteil des elektronischen Schlagzeugs ist sein fast völlig fehlender Eigenklang ohne Verstärkung. Es eignet sich deswegen für den Einsatz unter schwierigen akustischen Verhältnissen. Einsatzbeispiele sind Popmusik in Zimmerlautstärke bei entsprechenden Veranstaltungen. Das Üben ohne Lärmbelästigung der Nachbarn beim Spiel mit Kopfhörern und Musicalproduktionen, bei denen eine extrem geringe Bühnenlautstärke erforderlich ist. Ein weiterer Vorteil des elektronischen Schlagzeugs ist die Erzeugung der Klänge verschiedenster Schlagzeug- und Perkussionsinstrumente mit nur einem Set. Das ist ein weiterer Vorteil des elektronischen Schlagzeugs. Vielen Dank.